Hallo und willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute soll es, wie ihr schon sehen konntet, um dieses wunderbare Buch gehen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist ein absolutes Lebenslese-Highlight, also wirklich ein Highlight für dieses Jahr, was ich schon ziemlich am Anfang des Jahres jetzt gelesen habe, aber es hat mir so unfassbar gut gefallen, dass ich unbedingt eine Rätsel dazu drehen wollte, denn ich möchte Werbung für dieses Buch machen, für die Autorin. Einige werden sie vielleicht kennen, andere gar nicht. Ja, wenn nicht, dann behalte den Namen im Auge. Sie hat auch schon andere Bücher geschrieben, die werde ich demnächst, denke ich, auch lesen, wenn ich wieder ein paar neue Bücher kaufen darf. Aber heute soll es um dieses neue Werk von ihr gehen. Das hat sie letztes Jahr geschrieben und ich habe es mir auch Ende 2019 gekauft. Das ist eines der letzten Bücher, die ich mir noch selbst gekauft habe, bevor ich dann meine Vorsätze gestartet habe. Und ja, ich habe es nicht bereut, denn es war ein grandios gutes Buch. Erschienen ist Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu im Pipa Verlag. Und dieses Buch ist gar nicht so dünn, es hat 510 Seiten und kostet als Taschenbuchausgabe 16 Euro, was ich einen absolut fairen und guten Preis finde. Es ist ein wunderschönes Buch, auch wenn man es aufklappt, ist drin nochmal das Coverbild und noch ein sehr, sehr schönes Zitat. Was mir im Buch auch direkt aufgefallen ist, ist eine der Markierungen und später habe ich dann gesehen, dass es vorne abgedruckt ist. Da haben wir die Autorin Adriana Popescu, zu der sage ich gleich noch was. Und hier ist auch eine Karte, denn in dem Buch geht es um einen Roadtrip. Und ich habe das Buch in einem Buddyread zusammen mit der lieben Anja von den Bookfriends Forever gelesen und einer Freundin von ihr, der Jasmin. Wir waren also zu dritt und haben uns immer über WhatsApp ausgetauscht und wir waren uns alle drei einig, dass es ein grandios tolles Buch ist. Ich habe es schon irgendwie erwartet, denn Adriana Popescu ist sehr, sehr gute Freundin. Ich weiß nicht, ob beste Freundin, aber sie sind sich auf jeden Fall sehr nahe, ist Anne Freitag. Und wer meine Videos kennt, weiß, wie sehr ich Anne Freitag liebe und ihre Bücher liebe. Aktuell, wenn ich das Video drehe, lese ich Nicht weg und nicht da von Anne Freitag. Und dann warte ich gespannt auf ihr neues Werk, denn dann habe ich alle ihre Bücher, die sie zumindest nicht unter Pseudonym, sondern unter Anne Freitag geschrieben hat, gelesen. Und ja, deswegen hatte ich Adriana Popescu immer schon mal so auf dem Schirm und dachte mir jetzt, das klingt so gut, das klingt so nach einem Buch, was mir gefallen wird. Und das hat es dann am Ende ja auch. Ja, dass ich das haben muss und direkt dann in der Leserunde gelesen habe. Gesehen hatte ich das Buch schon bei Lady of the Books und bei Maike dann von den Bookfriends. Die haben beide das Buch auch schon gelesen und fanden es sehr gut. Da bin ich dann darauf aufmerksam geworden. Und ja, dann hat es sehr gut gepasst, als ich gesehen habe, dass Anja das auch lesen will, dass ich gesagt habe, lass uns ein Buddyread draus machen. Und dann war eben die Jasmin eine sehr gute Freundin von ihr, die keinen YouTube-Kanal hat. Aber die war dann auch dabei und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das habe ich ja schon erwähnt. Und es ist wirklich ein Buch, was man sehr gut auch in der Leserunde lesen kann, weil es sehr, sehr viele Themen beinhaltet, über die man dann sprechen kann, über die man sich auch näher kennenlernt. Das passiert bei diesen Leserunden dann immer relativ schnell, dass man auch recht persönlich wird. Und es ist auch ein Buch voller Emotionen und deswegen ist es eben so ein besonderes Buch. Und Adriana Popescu schreibt anders als Anne Freitag, aber trotzdem grandios gut. Also es ist noch ein bisschen mehr Witz, zumindest jetzt in dem Buch mit drin, als bei Anne Freitag, wobei da auch viel Humor dabei ist. Aber das ist so ein, ja, wahnsinnig lustig, intelligent, fluffiger Humor, der überhaupt nicht unangenehm ist, sondern einfach grandios und das hat mir vom Schreibstil her sehr gut gefallen. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Und Adriana Popescu ist Drehbuchautorin vorher gewesen und hat für das deutsche Fernsehen gearbeitet und auch als freie Redakteurin für diverse Zeitschriften. Und gerade diese Drehbuchautoren-Vergangenheit, finde ich, merkt man diesem Buch an und vielleicht auch den anderen Büchern von ihr. Das werde ich dann noch in Erfahrung bringen, wenn ich die lese. Denn sie schreibt unfassbar bildhaft, aber nicht übertrieben erklärend. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie extrem viel über die Gegend oder die Person erklärt. Man bekommt einfach ein perfektes Gefühl für die Situation, so wie sie das beschreibt. Das ist schwer zu erklären, aber in unserem geistigen Auge lief wirklich ein Film ab. Und das ist ganz positiv in dem Falle gemeint, weil wir einfach drin waren. Man konnte sich das super gut vorstellen. Wir hatten einfach ein richtig schnell, ein richtig gutes Feeling für das Buch. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Aber worum geht es denn eigentlich in dem Buch? Fangen wir doch mal damit an. Und ich mache es mir an der Stelle ein bisschen einfach, denn ich lese euch den Klappentext hinten vor, weil der einfach perfekt ist und genau das aussagt, was man zu dem Buch sagen muss, was man wissen muss, um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es einem gefallen könnte. Ich muss aber sagen, ich kann wirklich schon mal jedem, jedem, jedem dieses Buch ans Herz legen. Wenn ihr auch nur ein Funkengefühl und Herz habt, und das meine ich jetzt nicht auf kitschige, übertriebene Liebesgeschichtsart und Weise, sondern auf Adriana Popescu Weise, dann ist es euer Buch. Also ja, große Empfehlung. Aber jetzt mal zum Klappentext. Wer zu früh einlenkt, verpasst das Leben. Die rüstige Altenheimbewohnerin Frau Kaiser weiß etwas über die junge Pflegehelferin Carla, das sie nicht wissen sollte. Das kommt ihr gerade recht, denn nun hat sie ein Druckmittel. Und zufällig braucht Frau Kaiser dringend jemanden, der sie quer durch Europa chauffiert. Aus ihrem Koffer blitzt eine goldene Erinnerung an längst vergangene Tage hervor, als sich eine junge Schwimmerin und ein junger Schwimmer bei den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne fanden, aber nicht lieben durften. Also, wir haben hier diverse Punkte, die mich sofort angesprochen haben. Es ist ein Roadtrip. Es geht auch irgendwie um Olympia in Melbourne. Und allgemein klang das einfach so niedlich, witzig mit dieser Altenheimbewohnerin, die da die Pflegerin erpresst. Ich werde euch nicht sagen, womit. Ich fand das auch, auch wenn man das ziemlich schnell am Anfang erfährt, fand ich das cool, dass ich das vorher nicht erfahren habe von den beiden Booktuberinnen, wo ich die Bücher schon gesehen habe. Deswegen werde ich das nicht sagen. Das ist ja auch nicht so wichtig. Frau Kaiser erpresst eben Carla und dann ziehen die beiden los und erleben ein Roadtrip-Abenteuer und finden sich dabei auch selbst. Und passendermaßen hat Anne Freitag natürlich hinten auch einen Kommentar dazu geschrieben. Anrührend, authentisch und unglaublich lustig. Ein Roman von melancholischer Schönheit über eine ganz besondere Freundschaft. Und auch das, ja, sagt ganz viel über das Buch und ich stimme dem absolut zu. Und dieses Buch ist ja mit seinen 510 Seiten ziemlich dick, wie ihr sehen könnt, aber es war auf keiner einzigen Seite langweilig, langatmig oder so, dass ich das Gefühl hatte, das bräuchte ich jetzt nicht für das Buch. Jede Seite war toll. Ich habe super, super schnell die Charaktere in mein Herz geschlossen, auch die Nebencharaktere. Selbst die, die nur am Anfang kurz vorkommen, fand ich einfach wahnsinnig toll gezeichnet. Ich liebe Frau Kaiser, die Elisabeth, die ältere Dame, für ihre Art, wie sie mit Carla umgegangen ist, wie sie ihre Geschichte auch im Laufe des Buches erzählt. Und, ja, ich habe mit diesen Charakteren gelacht, geweint auch. Ja, am Ende, wir ahnten das schon alle, aber wir mussten alle am Ende Tränen fließen lassen. Es war wirklich ein sehr emotionales Buch, aber eben auf ganz viele Emotionen. Also, wie gesagt, wir haben getrauert und gelacht und, ja, mitgefühlt mit den Charakteren. Man kann ganz viele Sachen, ja, auf sein eigenes Leben beziehen, ein bisschen mal reflektieren und nachdenken, wie hätte man selber gehandelt. Und, ja, wir lernen eben während des Roadtrips nach und nach Elisabeths Geschichte kennen, warum sie diese Reise machen muss für sich, was dahinter steckt. Und es ist eine ganz bezaubernde und, ja, tolle, schöne Geschichte. Ich möchte gar nicht andere Adjektive dazu verwenden, denn ich möchte euch nicht spoilern, aber, ja, das ist einfach, es geht sehr ans Herz auf verschiedene Arten und Weisen. Und das, ja, schafft Adriana Popescu unfassbar gut, dass in einer Szene es wahnsinnig lustig ist, man einfach nur schmunzeln muss und sich das bildhaft toll vorstellen kann. Und in der nächsten Szene ist man zu Tränen gerührt. Und es wechselt sich so ab und wirkt dabei absolut authentisch und realistisch und nicht, ja, nicht unangenehm oder irgendwie, ja, gekünstelt. Also sie schafft es wirklich mit so einer Leichtigkeit, das zu schreiben, dass es, ja, absolut toll zu lesen ist auch. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie leicht es ihr fällt, so etwas zu schreiben, aber es liest sich einfach so, als wäre das ganz authentisch und ganz einfach so aus ihr rausgeflossen. Und, ja, ich schreibe sie, gefällt mir sehr gut. Sie hat viele Anspielungen auf Serien, Schauspieler, auf so die Popkultur, will ich es mal nennen. Und das hat mir sehr gut gefallen, das fand ich einfach sehr witzig. Da sind auch so ein paar Charaktere, die es wirklich gab. Und das war auch sehr cool. Da hinten auf jeden Fall lest man ein oder zwei Seiten, wo Adriana Popescu noch ein bisschen was dazu schreibt, wie sie zu diesem Buch steht und wieso, weshalb, warum manche Sachen so passiert sind in dem Buch. Und das ist auf jeden Fall lesenswert. Das deckt nochmal so die eine oder andere Sache auf, die man vielleicht selber nicht wusste. Und das ist sehr lustig auch. Ja, es ist einfach rundum eine absolut gelungene Geschichte. Ich weiß, dass auf Goodreads fast alle fünf Sterne gegeben haben. Ich glaube, ich habe eine Vier-Sterne-Bewertung gesehen. Und da war dann die Begründung, dass ein bestimmter Charakter, also keiner der Hauptcharaktere, aber ein Charakter, der noch dazu kommt, nicht so gefallen hat. Und ich muss sagen, am Anfang hatten wir auch erst so ein Problem mit dem Charakter und dachten, nee, brauchen wir den. Aber den haben wir auch total in unser Herz geschlossen. Und ich finde, er war wichtig für die Geschichte und hat sich auch ganz interessant entwickelt und hat nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die ganze Sache gebracht. Also das fand ich absolut nicht negativ, weil, wie gesagt, der Charakter ist mir dann auch ans Herz gewachsen. Und was mir richtig, richtig gut gefallen hat, worauf ich auch so ein bisschen spekuliert und gehofft hatte, denn es ging ja auch um die Olympischen Sommerspiele 1956 in Melbourne. Und wir haben in diesem Buch zwei Zeitebenen. Wir springen eben immer nach Melbourne zu der Zeit und erleben nach und nach Elisabeths Geschichte, was sie damals bei den Olympischen Spielen erlebt hat und was es mit der Jetzt-Zeit zu tun hat und so weiter. Und das ist auch ganz toll dargestellt, richtig spannend, interessant, nachvollziehbar und auch ein bisschen lehrreich. Ein paar Sachen haben wir da erfahren. Und ja, gerade diese beiden Zeitebenen fand ich super. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mir eine besser oder schlechter gefallen hat. Ich fand es immer toll, da hin und her zu springen. Dadurch gab es auch mal hier und da kleine Cliffhanger, aber das ist jetzt keine... Es ist schon ein spannendes Buch, weil man wissen möchte, was am Ende passiert, wieso manche Dinge passiert sind, die wir ja in der Gegenwart schon wissen, aber nicht wissen, wie es dazu kam. Ich muss ein bisschen kryptisch reden, denn ich möchte nicht zu viel verraten. Ich möchte, dass ihr das Buch lest. Kauft es euch und lest es einfach. Mehr will ich mit diesem Video gar nicht bezwecken oder leitet es euch in der Bücherei aus, wenn es das da gibt. Leider gibt es es noch nicht als Hörbuch. Ich glaube, irgendjemand hat mir gesagt, dass relativ wenig Bücher von Adriana Popesco vertobt sind, was ich sehr, sehr schade finde, weil viele hören ja auch lieber ein Buch oder können das dann besser in den Alltag integrieren und ich möchte einfach, dass ganz, ganz viele diese Geschichte kennenlernen und auch die Autorinnen kennen und lieben lernen, so wie ich das mit diesem Buch getan habe. Was ich auch besonders am Schreibsee mochte, ist, dass Adriana Popesco viele kleine Nebendetails, zum Beispiel, sagen wir mal, eine Pflanze. Eine Pflanze, die mit auf Reisen geht, dass sie hier und da mal wieder auftaucht und am Ende auch einen Zweck erfüllt, um es mal so zu sagen. Und es gibt auch viele andere kleine Details, die immer wieder auftauchen und am Ende ein rundes Ganzes ergeben. Es wird nichts fallen gelassen, sondern sie behält die ganzen Stränge beisammen und eben diese vielen süßen Details machen das Ganze so rund für mich, die dann eben wieder auftauchen oder irgendwelche Begebenheiten, die dann nochmal ihren Zweck erfüllen. Ich kann das schlecht beschreiben, aber ich glaube, wenn ihr das Buch lest, dann wisst ihr, was ich meine. Und zumindest ging es uns allen dreien so, dass das ganz toll war und Adriana Popesco soll halt immer so schön schreiben. Deswegen muss ich mehr von der Frau lesen, definitiv. Ich finde sie auch super sympathisch. Sie ist bei Instagram, macht auch hin und wieder Instagram-Stories, wenn sie schreibt und lässt den Follower so am Schreibprozess auch ein bisschen teilhaben. Das finde ich ganz cool. Und sie ist halt einfach wahnsinnig sympathisch und hat einen sehr, sehr süßen Hund. Auch finde ich es hier sehr schön und auch überhaupt nicht unangenehm, wie manche Gegenstände vermenschlicht werden. Eben diese Pflanze zum Beispiel oder auch das Auto, mit dem sie fahren. Durch die Charaktere werden die vermenschlicht, aber das passt einfach so süß und hat so viel Charme und Witz. Und man kann das auch nachvollziehen. Ich meine, ich glaube, es gibt viele Menschen, die im Auto einen Namen geben und vielleicht auch Charaktereigenschaften zusprechen. Also ich habe kein Auto mehr, aber auch ich habe das getan. Und das macht die ganze Sache doch wirklich sehr authentisch und ganz niedlich. Und ich habe mir mal so ein paar Schlagwörter aufgeschrieben, was alles in diesem Buch vorkommt, was irgendwie mich oder uns in unserer Leserunde beschäftigt und berührt hat. Und das will ich mal kurz vorlesen, weil es einfach so viel war, dass ich das alles gar nicht mehr merken konnte. Aber das sind so die Wörter, die Schlagwörter, die mir sofort eingefallen sind. Das wäre Liebe, Freundschaft, Trauer, Träume, Freiheit, Erwartung, Hoffnung, Spaß, Vergangenheitsbewältigung, Prägung, Mut, Positivität, Ängste, Herz, Geheimnisse, Abschied, Neuanfang und noch viel, viel mehr. Aber das sind so die Sachen, die mir als erstes eingefallen sind. Und wenn euch das auch nur irgendwie so ein bisschen anspricht, dann ist das euer Buch. Und sowieso, ich wiederhole mich, ihr müsst es unbedingt lesen. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, wenn ein Buch sehr gehypt ist oder wenn ich jetzt sage, das ist so, 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 so toll. Natürlich ist es subjektiv, nicht jedem muss das gefallen, aber ich habe bei dem Buch einfach das Gefühl, dass es sehr, sehr vielen gefallen wird. Und wenn ihr auch nur ansatzweise jetzt bei dem Video das Gefühl habt, oh, das könnte vielleicht was für mich sein, dann lest das Buch. Es wird definitiv was für euch sein. Und ich habe wie immer, oder zumindest bei Büchern, die mich so begeistern, wo einfach Sprüche drin sind oder Passagen, die mir ans Herz gehen, die mich berühren oder die mir irgendwas geben, habe ich Notizen gemacht. Und auch da werde ich euch jetzt natürlich gerne mal ein bisschen was vorlesen, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie Adriana Popescu schreibt. Hier geht es um den Fluss Donau und zwar sagt da Elli, die Donau hat es nicht eilig, nimmt sich Zeit und sie weiß genau, irgendwann wird es uns alle und vielleicht sogar diese Stadt nicht mehr geben. Wenn nur noch Ruinen übrig und wir schon längst zu Staub zerfallen sind, dann wird sie noch fließen, hier, ohne Eile. Sie ist nie zu spät, nie zu früh. Darum beneide ich sie. Sie hat alle Zeit der Welt. Und das nächste ist der Abschnitt, der auch vorne abgedruckt ist, den offensichtlich Adriana Popescu besonders toll fand. Und wir auch. Es sollte eine Warnung geben, ein Straßenschild im Leben. Finden sie nicht? Wofür? Achtung, Schlaglöcher? Nein, eher so etwas wie Achtung. Sie erleben es jetzt zum letzten Mal. Ich denke, wir würden ungesagte Worte aussprechen, statt sie ein Leben lang mit uns herumzutragen. Erlebnisse genießen, statt sie immer zu verschieben. Menschen fester umarmen, statt sie zu früh loszulassen und nicht so leichtsinnig mit dem Moment umgehen, wenn wir wüssten, es wäre das Finale. Und noch ein letzter Abschnitt, der mir gut gefallen hat. Manche Erinnerungen nutzen sich ab, wenn man sie zu oft erzählt. Man erfindet immer mehr kleine Details dazu, um die Geschichte modern zu halten und verändert sie so Stück für Stück, ohne es zu merken. Irgendwann weiß man gar nicht mehr, wie es wirklich war. Soviel also zum neuesten Buch von Adriana Popescu. Ein ganz, ganz tolles Buch. Das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt. Also, ihr findet den Link unten in der Infobox, wie immer. Und, ja, den Link auch zu Anja von den Bookfriends. Sie wird, denke ich, im Lesemonat Februar was dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wann mein Video online geht, ob der Lesemonat dann schon online ist. Aber, ja, es war mir ein Fest. Es war mir ein vergnügendes Buch, mit den beiden Mädels zusammen zu lesen. Und es wird definitiv nicht ausziehen. Es ist definitiv ein Re-Read-Kandidat, wenn ich irgendwann den Sub recht weit runter habe und mal wieder ein bisschen mehr Bücher ein zweites Mal lesen möchte. Und so lange steht es im Regal. Und ich werde mir die Zitate rausschreiben. Ja, weil ich das immer dann mache, wenn es ganz Besondere sind. Und hier war es der Fall. Also, Chapeau an Adriana Popescu für dieses unfassbar tolle Werk, was sie da geschaffen hat. Und, ja, holt es euch, kauft es, lest es, verschenkt es, macht andere damit glücklich und habt ganz viel Spaß bei der Geschichte. Schreibt mir unten mal rein, ob euch das jetzt angesprochen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, nicht vergessen. Und, ob ihr das Buch vielleicht auch schon gelesen habt. Vielleicht hat euch das schon angesprochen. Ich finde das Cover auch wunderschön. So sieht das hinten aus. Aber es ist minimalistisch und trotzdem, ja, hat es irgendwie ganz viel Herz und ist sehr charmant. Also, mir gefällt das sehr gut. Und das Buch eben auch. Jetzt beende ich das Video und wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.